Was ich Ihnen jetzt sage, wird Sie vielleicht schockieren, aber es spiegelt das wider, was ich in meiner über 40-jährigen Erfahrung mit Ayurveda gelernt habe. Die meisten Menschen bringen sich mit Messer und Gabel um. Die Ernährung spielt eine absolut herausragende Rolle für unsere Gesundheit und auch in der Therapie von Erkrankungen. Es gibt einen wunderbaren ayurvedischen Satz, der heißt, wer sich richtig ernährt, braucht keine Medizin. Wer sich falsch ernährt, dem nützt keine Medizin. Also die Ernährung spielt eine wichtige Rolle, wie auch Ludwig Feuerbach schon erkannt hat, der mal gesagt hat, der Mensch isst, was er isst. Das, was wir zu uns nehmen, strukturiert immer wieder neu unseren Körper. Ich möchte Ihnen die Geschichte von Klaus erzählen. Klaus, 37 Jahre alt, ein richtig guter Typ, kommt zu mir, weil er unter massiven Hautproblemen leidet. Er war bei sehr vielen Dermatologen, die ihm Cremes gegeben haben, mit Cortison behandelt. Aber es hat nicht zu einem Erfolg geführt. Bei unserer Anamnese habe ich Klaus gefragt, ob ihm irgendein Dermatologe auch schon mal einige Ernährungstipps gegeben hat. Und Klaus sagte, darauf sind sie grundsätzlich überhaupt nie eingegangen. Ich habe ihn dann gefragt, wie er sich ernährt. Klaus meinte, er ernährt sich eigentlich ganz gesund. Und dann sind wir ins Detail gegangen. Er sagt, am Morgen isst er etwa drei Brote mit Salami und Schinken, vielleicht auch mal ein bisschen Käse, dann drei Tassen Kaffee dazu. Mittags ganz gemischte Kost, oft Hausmannskost, weil ihm das gut schmeckt. Da ist auch mal ein Schweinebraten dabei. Und abends isst er gerne viel, viel Salat. Also sehr, sehr gesund. Das war im Sinne von Klaus eine gesunde Ernährung. Diese Ernährung hat aber dazu geführt, dass seine Hautprobleme immer schlimmer wurden. Und ein wesentlicher Aspekt der Therapie, die wir bei ihm eingesetzt haben, neben natürlichen ayurvedischen Heilmitteln, war eine Umstellung der Ernährung. Und mittlerweile, drei Monate später, war Klaus wieder bei dem Dermatologen, bei dem er ursprünglich war. Und er war erstaunt, wie wunderbar sich das Hautbild von Klaus verändert hat. Warum? Weil nach seiner Meinung die Ernährung eine ganz herausragende Rolle dabei gespielt hat. In der ayurvedischen Medizin geht es nicht nur um das, was wir essen, sondern es geht auch darum, wann wir etwas essen. Weil die Biorhythmik unserer Verdauungskraft ist ganz entscheidend dafür, wie wir das, was wir zu uns nehmen, auch verarbeiten können. Am Morgen und am Abend ist unsere Verdauungskraft schwach. Mittags ist unsere Verdauungskraft am besten. Deswegen sollte man mittags nach Möglichkeit seine Hauptmahlzeit zu sich nehmen. Die meisten Menschen haben morgens eigentlich keinen Hunger und trotzdem essen sie aus Gewohnheit. Ich würde Ihnen aber empfehlen, wenn Sie morgens nicht hungrig sind, dann lassen Sie doch einfach mal das Frühstück weg. Abends nehmen viele Menschen ihre Hauptmahlzeit zu sich. Abends ist aber die Verdauungskraft auch etwas schwach. Und wenn man zu spät ist und zu schwer ist, dann wirkt sich das nicht nur negativ auf unseren Schlaf aus, sondern es bedeutet auch, dass das Essen, das wir zu uns genommen haben, und ich sage es jetzt etwas unappetitlich, in unserem Verdauungstrakt herumliegt und vor sich hingammelt. Wir können es nicht mehr verarbeiten. Einfach deswegen, weil die Enzyme, die wir benötigen, um unser Essen zu verdauen, dann nicht mehr bereitgestellt werden. Wenn Sie morgens also keinen Hunger haben, lassen Sie das Frühstück weg. Das fördert auch ein Phänomen, das ein japanischer Wissenschaftler herausgefunden hat und dafür auch 2015 den Nobelpreis erhalten hat. Das ist die sogenannte Autophagie. Autophagie bedeutet, dass es Mechanismen in unserer Zelle gibt, die geschädigte Strukturen innerhalb der Zelle auflösen und wieder recyceln, also die einzelnen Bestandteile dieser Strukturen wieder in neue Strukturen einbauen. Und diese Autophagie ist ganz entscheidend für unsere Gesundheit. Es gibt mittlerweile viele wissenschaftliche Studien, die das bestätigen. Sie haben alle von dem Intervallfasten gehört oder der 16-8-Regel. Das heißt, dass man zwischen der letzten Mahlzeit, die man am Vortag zu sich genommen haben, zum nächsten Tag 16 Stunden vergehen lassen sollte. Und das trägt massiv für unsere Gesundheit bei. Die Verdauungskraft nennt man in der ayurvedischen Medizin Agni. Agni bedeutet Feuer, also das Verdauungsfeuer. Und Sie müssen sich klar machen, dass unser Körper eigentlich arbeitet wie ein Ofen. Bei einem Ofen schmeißen wir Brennmaterial hinein, das Brennmaterial wird verbrannt, Energie, Wärmeenergie wird erzeugt und abgestrahlt. Wenn das Feuer nicht richtig lodert, dann entstehen in dem Ofen Schlacken. Und diese Schlacken muss man immer wieder eliminieren, um dafür zu sorgen, dass der Ofen richtig zieht. Und genauso ist es in unserem Körper. Wenn unser Feuer, unser Verdauungsfeuer, nicht richtig brennt, dann bilden sich das, was man Schlacken nennen würde, bei einem Ofen. Das sind Nahrungsbestandteile, die wir nicht richtig verarbeitet haben. Oder irgendwelche Stoffwechselprodukte, die nicht anständig metabolisiert worden sind. Also es geht immer darum, diese Verdauungskraft zu stärken. Und wir sollten nie mehr essen, als wir richtig verarbeiten können. Deswegen zum Schluss drei Tipps. Nummer eins, achten Sie darauf, morgens und abends leicht zu essen. Abends, vor allem möglichst früh, keine Rohkost, kein Fleisch, sondern Dinge, die Sie leicht verdauen können. Suppen sind ideal dafür geeignet. Oder Gemüse, wenn Sie warm essen, mit etwas Reis, oder mit Hirse oder mit irgendwelchen anderen Getreiden. Morgens, wenn Sie hungrig sind, sollten Sie etwas essen, aber nach Möglichkeit leicht. Beispielsweise Obst oder gedünstete Früchte. Zubereitet mit etwas Zimt oder Kardamon oder Gewürznelken. Und mittags nehmen Sie Ihre Hauptmahlzeit zu sich. Und das führt uns zu unserem zweiten Tipp. Achten Sie darauf, dass Sie nie so viel essen, dass Sie sich nach dem Essen müde fühlen und schwer. Es macht keinen Sinn, dass vor lauter Energie, die Sie sich jetzt zugeführt haben, Sie danach müde sind. Wenn Sie nach dem Essen sich müde und schwer fühlen, dann haben Sie gemessen an Ihrer Verdauungskraft zu schwer oder zu viel gegessen. Also achten Sie darauf, dass Sie sich nach dem Essen einfach gut fühlen. Und der dritte Tipp, den ich Ihnen geben will, ist, dass Sie auf Zwischenmahlzeiten verzichten. Früher ist man immer davon ausgegangen, mehrere Mahlzeiten während des Tages, fünf Mahlzeiten am Tag sind optimal. Davon ist man vollkommen abgekommen. Lassen Sie sich Zeit zwischen den Mahlzeiten, dass der Körper auch das, was Sie zu sich genommen haben, richtig gut verarbeiten können. Wenn Sie wissen wollen, welche Verdauungskraft zu welchem Typ passt, dann würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie in der Beschreibung unten nach und klicken Sie den Link an, der Sie zu einem Test führt, mit dem Sie Ihre Konstitution bestimmen können. Denn die unterschiedlichen Konstitutionstypen, Vata, Pitta und Kapha, haben eine unterschiedlich starke Verdauungskraft. Der Pitta-Typ hat eine sehr starke Verdauungskraft. Der Kapha-Typ hat eher eine langsame Verdauung. Und der Vata-Typ hat eine sehr schwankende Verdauung. Und das ist natürlich auch für unsere Ernährung ein ganz wichtiger Bestandteil. Wenn Sie mögen, dass wir beispielsweise auch über ein schönes Entgiftungsprogramm sprechen oder über andere Aspekte der ayurvedischen Medizin, dann abonnieren Sie doch bitte diesen Kanal und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Herzlich, Ihr Ulrich Bauhofer. Vertraue und glaube,